Das Glück der Begeisterung Etwas Neues, Interessantes mit Freude auszuprobieren, fällt den meisten Menschen nicht schwer. Doch diesen Anfängergeist zu bewahren, die Begeisterung und die Motivation mit in den Alltag zu nehmen, sich weiter anzustrengen und durchzuhalten, wird oft zur Herausforderung. Dabei hilft es, die Tugenden der Paramita Virja zu kultivieren. Mit Freude durchhalten Die Paramita Virja beinhaltet vor allem zwei Aspekte, Begeisterung und Durchhaltevermögen. Deshalb wird Virja auch freudige Anstrengung genannt. Sie hilft uns, Durststrecken und Hindernisse auf unserem Weg zu mehr Glück zu überwinden und sie bereichert damit unser Leben enorm. So ist diese Paramita zum Beispiel sehr nützlich, wenn wir uns in Achtsamkeit und Meditation üben. Wir gewinnen an Durchhaltevermögen, Fleiß, Begeisterung, Kraft und Mut. Und das braucht jeder Übende früher oder später, wenn die anfängliche Euphorie nachzulassen beginnt. Wenn wir mit dem Meditieren beginnen, gleichgültig ob ganz pragmatisch zur Stressreduktion und zur Förderung unserer Gesundheit oder auf dem Weg zur Erleuchtung, ist alles noch frisch und spannend. Wir erleben uns anders als vorher, fühlen intensiver und beobachten genauer. Das ist wunderbar. Doch wie bei allem, was wir regelmäßig tun, verliert auch die Meditation irgendwann den Reiz des Neuen. Wie bei jedem Training kommt dann auch bei der Meditation der Punkt, wo sich Trägheit und Lustlosigkeit einstellen. Auf einmal ist die Übung nicht mehr so interessant wie zu Anfang, sie bekommt etwas Normales, wird uns selbstverständlich und wirkt irgendwie langweilig. Der berüchtigte innere Schweinehund taucht auf und lässt uns nach Ausflüchten suchen. An diesem Punkt beginnt das eigentliche Training und dabei hilft es, mit den Tugenden von Virja den Anfängergeist aufzufrischen. Die schönste Verkörperung von Virja sind für mich kleine Kinder, die laufen lernen. Sie fallen ständig hin und stehen doch immer wieder auf. Dabei wird viel gelacht und manchmal geweint, aber kein Kind gibt auf. Die Lust und der unbedingte Wille, laufen zu lernen, bleiben und werden belohnt, denn irgendwann kann es jeder. Geht ihnen die anfängliche Begeisterung verloren, ist das eine gute Gelegenheit, sich noch einmal über ihre Ziele klar zu werden. Für Schüler auf dem buddhistischen Weg ist die Motivation klar, weil die Zielsetzung spirituell motiviert ist. Buddhisten wollen, wie alle Menschen, Leid überwinden und glücklich sein. Doch zudem wollen sie aus dem Kreislauf der Wiedergeburten aussteigen. In manchen buddhistischen Traditionen gehört dazu auch das Bodhisattva, das Versprechen, auch alle anderen Menschen auf ihrem Weg zu unterstützen. Dieses Paket umschreibt in seiner Essenz den Wunsch nach einem sinnvollen und erfüllten Leben. Wenn ihr Wunsch zu meditieren weltlicher Natur ist, werden sie andere Beweggründe haben. Vielleicht wollen sie das Training ganz pragmatisch zur Gesundheitsförderung nutzen, weil sie unter innerer Unruhe und Stress leiden. Oder sie genießen die Auszeiten, in denen sie ganz bei sich sein können und nicht für andere da sein müssen. Vielleicht lohnt es sich für sie auch, genauer hinzusehen und ihr Leben von schlechten Angewohnheiten zu entrümpeln und Gute dagegen zu setzen. Geben sie nicht vorschnell auf, auch wenn sie mal in ein Motivationsloch fallen. Wer etwas nicht schafft, der hat nur noch nicht die richtigen Gründe gefunden, sagt die Motivationspsychologie. Vielleicht brauchen sie neue. Bestimmt lohnt es sich, danach zu suchen. Sich den Ausreden stellen Mit Virtscha üben heißt, die inneren Widerstände zu besiegen und gute Gewohnheiten zu etablieren, damit wir nicht nachlässig werden, uns nicht ablenken lassen und unsere Übungen regelmäßig schaffen. Psychologisch gesehen ist der innere Schweinehund der Inbegriff all unserer Widerstände. Das trifft die Meditation nicht ganz so schlimm wie andere Trainings, weil sie ihre Belohnung schon in sich trägt. Doch auch der Meditierende kann viele Ausflüchte finden. Wirken die Übungen tatsächlich? Habe ich jetzt wirklich Zeit zu üben? Muss ich nicht noch viele wichtige Dinge vorher erledigen? Vernachlässige ich etwa meine Familie oder Freunde? Sobald sie sich dabei ertappen, Ausreden vorzuschieben, statt zu meditieren, stellen sie sich dem. Ist der Tag wirklich so vollgepackt, dass ich keine 30 Minuten Freiraum für die Meditation erübrigen kann? Oder geht es um etwas anderes? Echte Gründe sind selten, aber die Vorwände sind zahllos. Jeder hat seine eigenen. Beschäftigen Sie sich gewissenhaft mit Ihren inneren Saboteuren, das kann sehr spannend sein. Mit den folgenden Fragen kommen Sie Ihnen vielleicht besser auf die Spur. Was will ich vermeiden? Was passiert schlimmstenfalls, wenn ich regelmäßig meditiere? Wovor habe ich Angst? Welcher Veränderung will ich ausweichen? In jedem von uns stecken individuelle Widerstände, die sich im Lauf des Lebens aus den guten und schlechten Erfahrungen gebildet haben, wobei die Negativen nachhaltiger wirken. Negative Spuren sitzen tief. Menschen messen unangenehmen Erlebnissen, Bedenken und Ängsten vor Neuem und Unbekanntem grundsätzlich eine größere Bedeutung zu als den positiven Seiten. Wir nehmen Negatives wichtiger als Positives, was sich in unserer Frühgeschichte begründet, als der Mensch in der Natur noch vielen Gefahren ausgesetzt und weit schutzloser war als heute. Wer keinen Schreckreflex beim Anblick eines Tigers oder einer Schlange bekam, erhielt nur selten eine zweite Chance. Wer nicht wusste, dass man sich an Feuer verbrennt oder bestimmte Bären giftig sind, lebte gefährlich. Nur wer die Gefahr erkannte, konnte sein Leben schützen. Auch wenn wir es heute nicht mehr in dem Maße brauchen, das Erbe tragen wir noch immer in uns. Es hat tiefe Spuren in unserem Gehirn hinterlassen. Unser Gehirn ist so eingerichtet, dass wir mehr auf Negatives achten und aufmerksamer und intensiver darauf reagieren. Diese Tendenz zum Negativen wird in der Forschung Negativity Bias genannt. Die Amygdala, das Angstzentrum, reagiert blitzartig auf alles, was irgendwie bedrohlich erscheint. So ziehen emotional negativ aufgeladene Worte wie Krieg oder Verbrechen die Aufmerksamkeit mehr und schneller auf sich als die Worte Frieden oder Liebe. Sogar im wirtschaftlichen Bereich zeigt sich das stärkere Augenmerk auf das Negative. Menschen arbeiten härter, um Verluste zu vermeiden als um Gewinne zu erzielen. Egal worum es geht, schwierige Beziehungen, miese Zensuren, abwertendes Feedback, das alles hat ungleich stärkere Nachwirkungen als positive Erfahrungen. Der US-Psychologe und Paartherapeut John Gottman konnte bei Untersuchungen von Paaren zeigen, dass eine negative Handlung fünf positive braucht, um neutralisiert zu werden. Denken Sie nur an sich selbst. Woran erinnern Sie sich am Abend, wenn Sie den Tag Revue passieren lassen? Ist es das Angenehme oder ist es das, was nicht gut lief und Ihnen Sorgen bereitet? Eine effektive Gegenstrategie besteht darin, Schwieriges und Belastendes nicht zu leugnen, sondern es anzunehmen und möglichst zu klären, um es dann als erledigt im Gedächtnis abzuspeichern. Sehr wirkungsvoll ist es auch, verstärkt Positives ins Bewusstsein zu lassen, es intensiver wahrzunehmen, zu genießen und zu fördern. Dabei helfen Achtsamkeitstraining und regelmäßiges Meditieren hervorragend, denn sie verbessern die Fähigkeit zur Regulation von Gefühlen. Das Erregungsniveau wird generell gesenkt, die Stressanfälligkeit nimmt ab und Langzeitmeditierende erholen sich erwiesenermaßen schneller von einem Schrecken. Zudem werden Ängste verringert und die negativen Denkschleifen im Gehirn relativiert. Auf körperlicher Ebene wird dadurch das Immunsystem entlastet und gestärkt. Außerdem wird die Resilienz gesteigert, also die Fähigkeit, sich von Krisen seelisch und körperlich zu erholen. Schließlich ist erwiesen, dass sich das Gehirn bei häufiger und ausdauernder Meditation verändert. Es formieren sich neue Bahnen und in der Amygdala, wo Angst und Stress verarbeitet werden, bilden sich mehr und dichtere graue Zellen. Gleichzeitig werden Mitgefühl, Güte und Großzügigkeit kultiviert. Das alles zusammen sind erstklassige Mittel gegen Negativität und andere Stressfaktoren. Schlechtes gegen Gutes tauschen Wer noch nicht bereit ist, sich eine schwierige Situation vollständig anzusehen, kann das in mehreren Schritten tun. Dazu eignet sich eine besondere buddhistische Technik. Schlechte Gedanken gegen Gute austauschen. Wann immer ein negativer, ein vergifteter Gedanke auftaucht, sagt man innerlich Stopp. Meist sind es Gedanken, die um Hass, Gier, Neid, Eifersucht, Wut oder Rache kreisen. Sie können mit einem lauten inneren Stopp und dem imaginierten Bild eines großen roten Stoppschildes zur Raison gebracht werden. Durch die bewusste Unterbrechung des Gedankens rufen sie sich gewissermaßen selbst zur Ordnung. Sie geben sich mit dem Stoppschild eine Auszeit und erlauben sich in diesem bewussten Moment, ihren Gedanken eine neue Richtung zu geben. Sie können, statt weiter am Negativen festzuhalten, an etwas Schönes denken, wie zum Beispiel an einen herrlichen Strand, einen geschützten Garten, einen lieben Freund, einen Erfolg oder an irgendetwas anderes, angenehmes, ablenkendes und aufbauendes. Sie können als positiven Gegenpart alles nutzen, was Sie gern haben und was Sie entspannt. Dabei kann der gute Gedanke völlig unabhängig vom Ursprünglichen sein. Wenn Sie zum Beispiel das Stoppschild nutzen, um Rache-Gedanken an den untreuen Partner zu unterbrechen, dann kann der gute Gedanke die Erinnerung an eine tolle Party sein oder an eine Situation, in der Sie klug und witzig reagiert haben. Genauso funktioniert aber auch die Erinnerung an ein geliebtes Haustier oder an jemanden, der Sie gern hat. Wichtig ist es, in Krisensituationen einen Notfallkoffer voll mit schönen Bildern und guten Erinnerungen parat zu haben, die dann bei Bedarf und spätestens wenn das Stoppschild auftaucht, hervorgeholt werden können. Mit dem inneren Stoppschild verschaffen Sie sich eine Auszeit, weil Sie sich ablenken. Doch das ist nur ein Zwischenschritt, bevor es zu den Wurzeln des negativen Gedankens geht. Wenn wir uns eingestehen, dass wir zum Beispiel jemandem schaden wollen und uns weiter mit dem beschäftigen, was dahinter steckt, dann kommen wir zu den Wurzeln und die liegen oft in unserer eigenen Verletzung. Sobald wir uns das Eingestehen und uns die negativen Gedanken verzeihen, wird es viel leichter, auch anderen mit etwas Gutem, Schönem und Angenehmem zu begegnen. Denn Menschen, die mit sich selbst freundlich umgehen, sind auch freundlich zu anderen. Weisheitsgeschichte Ein Schüler kam zu seinem Meister und sagte, »Ach, Meister, um Euren Lehren zu folgen, ist so furchtbar viel Aufwand nötig. Ich müsste so viel verändern und eigentlich ist mir das alles viel zu anstrengend. Ich glaube, ich werde euch verlassen und mein Studium hier beenden.« Der Meister sah seinen Schüler traurig an. »Kennst du die Geschichte von der Raupe?«, fragte er. Der Schüler verneinte. Also erzählte ihm der Meister die Geschichte. Es war einmal eine Raupe, die das Gefühl hatte, dass die Verwandlung zum Schmetterling zu anstrengend sei. Nach einigen Erwägungen beschloss sie schließlich, lieber für immer Raupe zu bleiben. Während sie mühsam und beschwerlich durch ihren engen Lebensraum kroch, schaute sie immer wieder hinauf zu all den schönen, zarten Schmetterlingen, die im Sommerwind von Blume zu Blume tanzten. Der Meister schaute dem Schüler forschend ins Gesicht. »Möchtest du eine Raupe bleiben? Ist es wirklich das, was du willst?« Nur das Beste fürs Gehirn Wir können das Gute in uns nicht nur dadurch stärken, dass wir negative gegen positive Gedanken austauschen. Wir können auch dafür sorgen, möglichst wenig schlechte Nahrung zu uns zu nehmen. Da das Gehirn das speichert, was wir ihm anbieten, besteht unsere Verantwortung darin, das Richtige auszuwählen. Schließlich schafft unser Denken unsere Realität und unser Gehirn bildet sie ab. Deshalb müssen wir sorgfältig prüfen, womit wir unser Gehirn füttern. Wer zum Beispiel ständig Gewaltvideos ansieht, dessen zarte Seiten und auch das Mitgefühl für andere könnten dabei langsam abstumpfen. Wer sich immer wieder schlecht behandeln lässt, denkt vielleicht irgendwann, nichts Besseres verdient zu haben. Wer seinem Ärger immer wieder unkontrolliert nachgibt, riskiert, dass sich dieses Verhalten verstärkt und irgendwann eskaliert. Es liegt an uns, womit wir unser Gehirn füttern, wie wir es nutzen und ausbilden wollen. Wir füttern unser Gehirn mit dem, was uns wichtig ist und verabschieden uns von schlechten Gewohnheiten und von unheilsamen Mustern. Dafür kennt die buddhistische Praxis eine verblüffende Methode, die in Amerika einen eigenen Slogan hat. So tun als ob. Fake it till you make it, sagen die Amerikaner, wenn sie jemandem raten, so lange zu tun als ob, bis es wahr wird, bis man es geschafft hat, bis es wirklich klappt. Häufig wird dieser Ausdruck benutzt, wenn es um Äußeres geht. Wer sich die teure Prada-Tasche nicht leisten kann, nimmt eben das Imitat. Wer den Porsche nicht bezahlen kann, liest einen. So tun als ob kann Eindruck machen und sich als sehr wirksam erweisen. Die Methode so tun als ob funktioniert noch besser bei inneren Prozessen. Etwa wenn sie so lächeln, als ob sie gute Laune hätten. Sofort fühlt sich das Gehirn dazu angeregt, das Lächeln mit einer guten Portion Dopamin zu belohnen, was echte gute Laune hervorzaubert. Und es klappt auch, wenn sie sich vor einem Training ausmalen, wie gut es ihnen danach gehen wird oder sich vor einem Vorstellungsgespräch schon in dem ersehnten Job vorstellen. Nach diesem Muster funktioniert vieles, auch bei der Meditation. Wenn sie zum Beispiel Meta üben, wird das Mitgefühl sich zunächst dadurch entwickeln, dass sie sich vorstellen, wie es ist, Mitgefühl zu haben oder jemandem Mitgefühl zu senden. Je häufiger sie das tun, umso besser wird ihnen die Vorstellung gelingen. Und schließlich werden sie wirklich Mitgefühl empfinden. Denn dem Gehirn ist es gleich, ob sie schon Mitgefühl empfinden oder ob sie noch üben und es sich dabei vorstellen. Mit jedem Mal üben verändert sich ihr Gehirn. Das Vorstellungsvermögen nutzen Um das Gehirn mit Gutem zu nähren, können wir seine Fähigkeit nutzen, Bilder zu verarbeiten und herzustellen. Diese Fähigkeit birgt ein enormes Potenzial, vor allem, wenn wir die Kraft von Visualisierungen entdecken, einer praktischen Methode, mit der wir den Geist trainieren und uns weiterentwickeln können. Bekannt sind Visualisierungen zum Beispiel aus dem autogenen Training oder der Krebstherapie. Auch in der Traumatherapie spielt das Visualisieren eine große Rolle, wenn es darum geht, sich trotz der schwierigen äußeren Situation einen sicheren inneren Ort vorzustellen, zum Beispiel ein Baumhaus oder einen verwunschenen Garten. Bei großen Operationen wird ebenfalls sehr erfolgreich mit der bildlichen Vorstellungskraft gearbeitet, etwa zur Unterstützung des Heilungsprozesses. Und im Leistungssport sind Visualisierungen im Rahmen des mentalen Trainings heute selbstverständlich. Um eine Idee davon zu bekommen, wie Visualisieren geht und wie Sie Ihre Vorstellungskraft nutzen können, können Sie diesen kleinen Test machen. Schließen Sie die Augen und denken Sie an einen Freund. Bestimmt kommt sofort ein Bild von ihm. Oder denken Sie an einen Apfel. Bestimmt gibt es gleich mehrere Sorten, die Ihnen einfallen und die vor Ihrem inneren Auge auftauchen. Imaginationskraft entwickeln Ein höchst beeindruckendes Beispiel für das Potenzial von Visualisierungen zeigten tibetische Mönche. Im Rahmen von wissenschaftlichen Untersuchungen zur Tummo-Meditation bewiesen sie einmal mehr, wie sehr sich der Körper dem Geist unterordnen kann. Herbert Benson, Kardiologe an der Harvard Medicine School, untersuchte Mönche, die durch Visualisierung innerer Hitze die Fähigkeit entwickelt hatten, ihre Körpertemperatur signifikant zu erhöhen. Während der Tummo-Meditation wurden den Meditierenden bei einer Außentemperatur von 3 Grad Celsius nasse Handtücher auf den nackten Oberkörper gelegt. Die Mönche waren tatsächlich in der Lage, die Kälte durch eine messbare Anhebung ihrer Körpertemperatur zu kompensieren und die Handtücher trocknen zu lassen. Währenddessen konnte in den Fingern der Probanden eine Erhöhung der Körpertemperatur um bis zu 8,3 Grad Celsius gemessen werden. Vorbilder visualisieren Sie können die Kraft der Vorstellung auch nutzen, indem Sie einen Menschen visualisieren, der Ihnen als Vorbild dient oder der etwas verkörpert, was Sie selbst anstreben. In allen spirituellen Traditionen spielen Lehrer eine große Rolle, weil man davon ausgeht, dass Menschen in ihrer Entwicklung einen Begleiter als Korrektiv und Vorbild brauchen. Besonderen Einfluss haben Lehrer, die auf uns authentisch wirken und etwas verkörpern, was wir uns für uns selbst wünschen. So lässt sich auch etwas von der enorm großen Wirkung des Dalai Lama erklären. Er verkörpert und lebt das, was er sagt. Und seine Ausstrahlung ist so bewegend, dass viele Menschen weinen, sobald sie ihn nur von Weitem sehen. In schwierigen Situationen können wir uns durch Kraftbilder stärken. Suchen sie sich etwas aus, das sie am meisten anspricht und, das ist entscheidend, zum Lächeln bringt. Der Einsatz dieser Kraftbilder bewirkt eine erstaunlich intensive Unterstützung bei seelischen Heilungsprozessen. Das ausgewählte Bild ist der Ausdruck dessen, was wir uns in diesem Moment am meisten ersehnen. Und wenn sie es nicht nur an ihrem Meditationsplatz, sondern auch an anderen Orten aufstellen oder zum Beispiel als Bildschirmschoner nutzen, wird der häufige visuelle Anreiz ihre Kraftquellen noch intensiver mobilisieren. Ein Kraftbild finden Eine Persönlichkeit, die sich als Vorbild eignet, ist zum Beispiel Mathieu Richa, der in den beiden Welten dieses Hörbuches zu Hause ist. Ein erfahrener Mönch mit naturwissenschaftlichen Kenntnissen. Richa ist ein promovierter Molekularbiologe, der seit über 30 Jahren als Mönch in einem buddhistischen Kloster in Nepal lebt. Zudem ist er der Übersetzer des Dalai Lama aus dem Französischen und gilt, seit sein Gehirn von Wissenschaftlern im Kernspinn genauestens untersucht wurde, als der glücklichste Mensch der Welt. Nach rund 40.000 Stunden Meditationserfahrung, die er im Laufe seines Trainings absolviert hat, kann er heute sein Gehirn innerhalb von Sekunden auf positive Emotionen wie Liebe und Mitgefühl ausrichten. Mittlerweile legendäre Untersuchungen belegen, dass diejenigen Hirnareale, wo positive Gefühle wie Liebe und Mitgefühl entwickelt werden, bei Mönchen mit langer Meditationserfahrung viel aktiver sind als bei Kontrollgruppen. Seitdem gehen Forscher davon aus, dass man Glück und Mitgefühl trainieren kann. Ein Bild voller Strahlkraft Nicht nur Personen, auch Landschaften, Gegenstände oder Abstraktes können visualisiert werden. Bilder sind ein wunderbares Hilfsmittel zur Stärkung der menschlichen Seele. Wenn Sie also das nächste Mal einen Durchhänger haben, wenn Ihnen die rechte Motivation zu meditieren oder für eine andere Tätigkeit fehlt oder Sie sich kraftlos fühlen, dann visualisieren Sie einfach Ihr persönliches Kraftbild, das Ihnen gerade gut tut. Das ist eine andere Tätigkeit. 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 Das ist eine andere Tätigkeit.